Und hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Ultima Online mit mir, dem Captain. Ist das auf die richtige Taste hier? Ah, ich war mit dem falschen Bildschirm, genau. Ich befinde mich hier mit jede Menge Leuten in der verschollenen Stadt. Und der Trank fehlt, okay. Und wir sind jetzt dabei, wohl auf das Ende vielleicht zuzugehen. Also vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau, vielleicht, ich weiß gar nicht genau, wo wir jetzt lang gehen müssen. Hier gibt es noch einen Turm, aber da will keiner hingehen. Da unten will keiner hingehen, sie gehen alle da hinten hin. Okay. Also scheint es hier irgendwas zu geben, oder was? Ich weiß es nicht. Es ist für mich alles ein Riesenrätsel hier. Wie, wo und weshalb wir wo lang gehen hier. Da hinten, die beiden sind schon vorausgeprescht. Scheint einzuschlafen, sehr gut. Genau, dann machen wir erstmal den fertig. Da hinten ist der andere. Gut. Oh, er ist wieder raus aus dem Schlafen. Ach. Wie üblich. Es kommt noch einer. Wer ist denn das hier? Der da. Den haben wir auch noch nicht. Sehen wir uns mal ein bisschen was zum Heilen. Ein bisschen Schutz brauchen wir auch noch. Den Nahkampffschutz. Schlaf. So. Können wir erstmal da hinten ein bisschen Ruhe sammeln. Da hinten, ne? Hat nicht alle erwischt, aber einige, ne? Oh, da hinten ist es rausgekommen. Kayenne und Heldor sind in Gefahr. Nee. Nee, sind sie nicht. Jawohl. Sind alle wieder geheilt. Das ist die perfekte Sichtlinie hier. Ich kann sie nämlich alle sehen, scheinbar. Ja, da ist richtig was los hier, ne? Da muss man schon die Dinger zur Seite schieben, ne? Wir kloppen weiter hier auf die, wir machen wieder Schlaf. Genau. Wir sind irgendwie vergiftet worden durch irgendwen. Und heilen wir alle mal wieder. Und heilen wir alle mal wieder. Und der irres Golfin lebt immer noch aus seinem Pferd, ne? Jawohl, jetzt. Hinten alles gut. So. So, können wir jetzt hier mal die verschiedenste Durchsichtigkeitsfunktion. Ah, die funktioniert nicht. Die funktioniert hier nicht. So. Wir kämpfen hier hinten in der letzten Ecke. Mache ich auch einen Treffer? Nee. So. Jetzt hau ihn um. So. So. Du 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 du. Sechs um einen Reiter und das war's. Das war der Reiter auf dem Pferd. Wie? Da ist nichts drin oder was? Oh, ich hör weiter. Da haben wir noch das. Wir haben den auch noch. Ach, da ist ja noch einer. Jetzt hauen sie erstmal ab. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, oh, oh. Stehen bleiben. Oh, gefällt. Das ist nicht gut. Jetzt. Flammenschild erloschen, das ist nicht gut. Okay. Oh. Alles gut. Alles gut. Danke. Danke für die Heilung. So. Verfluchen wir's mal. So. Aber es gab wieder einen Gain. Sehr schön. Ach, da unten ist ja noch ein Horror wieder entstanden. Kom. Du bleibst mal hier jetzt. Ach. Ach. Mann. So. Gsam aus. Oh, cool. Das ist nicht bei mir vor dem was究 Pål. Ja, wie tierra ist ich hier schön. gleich ein paar da ist das jetzt das letzte gebäude oder müssen wir weiter runter da oben ok hier oben geht es rein dann hier da haben wir ein alle kämpfen sie gegen einen sehr schön aber hier ist keine truhe drin aber wir mussten hier rein gucken wahrscheinlich weil hier in ruhe wahrscheinlich drin sein könnte ach nee verzierte kommode das könnte es vielleicht auch sein leute da ist noch ein zweiter aufgetaucht Alles klar, alle Kampfplätze sind belegt. Du musst nachher hinten rum gehen. Und ne Schatzkarte. Und ein Trank. Und ein Nachtsichttrank. Ist das jetzt eine Schatztruhe oder nicht? Ne. Die Schatztruhen sehen ganz eindeutig aus. So, da geht es auch nicht weiter. Ah ja, okay. Jetzt machen wir hier rum. So, müssen wir in dieses Haus hier rein? Ne, ne? Keine Ahnung, es geht nach oben zumindest, ne? So, sind es alle da? Oh, da hinten, die kämpfen schon. Die sind schon ganz da hinten. Du meine Güte, wo lauft ihr denn lang? Also, gegen Magie sind sie nicht so geschützt, ne? Oh, da hinten ist der nächste Psyron. Und noch einer. Er geht zwar noch mal, oder? Oh. 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 Das war's für heute. Hey! 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 Da ist ja noch einer. Und noch einer. Meine Güte. Wie viele Scheiß Gegner hier sind. Ja, sieht gut aus, oder? Kampftaktik. Naja, gut. Noch 1,6. Und viele stehen noch 3%. Jawohl. Boah. Oh, irgendwas ist gestorben. Ach, der andere. Die anderen sind gestorben. Nicht von hier. Trifft mit einem zuverlässigen Angriff. Das ist da hinten. Ey, das nervt. Ach, okay. Oh, ich bin überladen. Na, klasse. Ah, okay. Ja. Überladen. Meine Stamina ist weg. Und damit kann ich jetzt auch nichts mehr spielen. Ja, und in dem Fall müsste ich eigentlich, für so einen Fall, müsste ich eigentlich einen einzigen roten Trank dabei haben. Für den seltenen Fall, dass ich genau jetzt, wie jetzt gerade, einmal ein so ein... Oh nein, da hinten sind ja schon wieder Gegner. Oh. Warum bin ich zu erschöpft, Mann? Ey, ich habe 26 Stamina. Ich werde doch wohl jetzt das Lied spielen können. Aha. Jetzt lauft doch nicht gleich wieder alle weg. Was ist das? Schön ein paar Mal gespielt und jetzt bin ich wieder da. Stamina baut sich wieder auf. Ja. Weil die mich so runtergezaubert haben. Das ist einfach unglaublich. Ja, hier ist ja nichts. Ja. Genau hier. Ich lasse den einen wieder einschlafen. Und... Ich weiß gar nicht. Sind wir jetzt langsam durch? Irgendwie. Es gibt hier nicht so einen richtigen Anfang und so ein richtiges Ende, ne? Oh nein. Nein. Musste er denn jetzt verz... Mit Gift belegt werden? Er hat doch geschlafen. Oh nein, Mann. Fordert alle Gegner zum Kampf heraus. Heißt, das muss ich ihn jetzt angreifen? Hehehehe. Ah. Hab Hummeln im Hintern. So, komm. Uh, Flammesche weg. Das ist nicht gut. Nichts Besonderes hier. Geht rein, kommt wieder raus. Gut. Hauen wir noch eine Elfe. Oh! Mit einer Hose aus Berit. Ach, da erwarten sie nicht, dass da irgendwas drin ist. Wohin macht ihr euch aus dem Staub, Leute? Die Truhe ist schön. Ich nehme mir mal eine Truhe mit. Ich muss sie nur leer machen. Damit ich den ganzen Scheiß nicht mitnehme. Zack. Zack. So. Ups. So. So. Jetzt nur die Frage, wo seid ihr jetzt hin? Ach, ihr seid da drüben. Noch eine Truhe. So. 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 Wo geht es so hin? So. 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 Jetzt haben wir zwei von diesen schönen weißen Truhen. so. 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 Sie macht einmal Kalvers Flammen und ist halb tot, ne? Eine läuft da lang, eine läuft da lang. Da sind die Drachen jedenfalls wieder. Oh. Ah. Shit. Kann ich nicht erreichen da drüben. Und da ist noch ein Pferd. So, jetzt seid ihr mal verflucht. Gut. 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 Scheint einzuschlafen und davon zu laufen, okay. Ach so, jetzt gehen wir wieder zurück. Oh, okay. naja so jetzt haben wir die zwei drohen hier elfische Schatztrohen nicht nur zwergische Schatztrohen, sondern auch elfische Schatztrohen jetzt ja und was nun? jetzt gehen wir wieder zurück, oder was? ja, du musst hier drauf drücken, oder was, ne? die Stadt ist ja riesig oder verlaufen ja, du musst hier drücken, oder was? Untertitelung des ZDF, 2020 Uhum Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tatsächlich, das war die Toilettenspülung. Ja, so, und nun? Und nun? Hier die Höhle. Und nun? Oder geht es dann nicht weiter? Ja. 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 Okay, die Höhle. Ach so. Moment, eins. Zwei. Drei. Drei. Chaos Drache. Vier. Mindestens mal. So, sagen wir mal, das ist ein bisschen schneller regenerieren. Regenerieren. Warum kann ich denn die Inspiration nicht nochmal... Ach, und warum hat der wieder so wenig hier? Äh... Ich muss mal einen starken nehmen, so. Der hält länger und ist stärker. Ja. 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 Aus. Tja. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, kommt man nicht mehr rein? Ach doch, jetzt? Ach, kann mich nicht bewegen. Shit. Na gut. Hm, toll. Super. Okay. Ach, Mensch. Immer dieses scheiß gelähmt sein. Ah, es geht wieder. Okay. Vielleicht mit euch scheiß Giften. Hm. Hmm. So, Lara läuft da hinten rum. Die gehen ja echt flottes drauf. Das ging jetzt aber echt flott. Aber gut, wir nähern uns hier am Ende, ne? Komm. So. Der Nächste. Jawohl. Was haben wir hier? Was ist das denn? Greif ich mich an hier, oder was? Ah, das war's noch nicht. Schädelspalter, hey, aus Rosteisen, jawohl. Komm. Ach, Mimik. Okay, Mann, war's das wohl, hä? Nee, doch kein Ende. Ist doch kein Ende hier. Was haben wir denn hier Schönes? Lederöl. Nimmt gleich die ganze Truhe mit. Warum bringt er denn die ganze Truhe hin? Das war's. Sonst nix? Was haben wir hier noch drin? Nix, nix, nix. Schrott, Schrott, Schrott. Eisen. Schrott, Schrott. Das heißt, der Weg hier unten geht noch weiter, ne? Ah, hier ist noch ein Weg. Okay. Schauen wir mal, was haben wir hier? Den. 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 Da hinten ist noch eine Truhe. Eins, zwei. Und dann muss es noch ein drittes geben, oder was? Sind es alle da? Nee. Doch, da vorne stehen schon zwei. Und Inspiration, Baden-Lied kann jetzt auch gleich kommen. Und damit sind es jetzt alle soweit. Perfekt. Oh, ich bin gelähmt. Okay, jetzt. Oh, alle sehen raus, nur ich nicht. Oh, der Dämonen muss doch hier. Genau, der Magische muss als nächstes dran glauben. Oh. 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 wird der ist weg großer chaos drache hat okay da sehe ich drachenschuppen als geht aus gold gut, die drei hätten wir da hinten ist noch einer drin wollen wir nicht das Vieh hier killen dann haben wir wenigstens ich muss immer ausgetreten werden hier scheißvieh da drüben gut und jetzt sehen wir dann Chaos Drachen da muss näher rankommen so Lara bist nicht nachher noch ran oder? genau, sehr schön oh, da ist jemand gleich das hätte er ins Auge gehen können okay, die nächsten Drachenschuppen das Bahnlied endet oooohh oooohh kommt, bleibt zusammen liter Flüche geht nicht geht noch nicht wieder die des Schlafes auch nicht das war's das war der da ist eine Truhe jawohl ein schweres Schloss ja doch also Ende ist wohl doch noch nicht aber keine Ahnung war das jetzt das zweite von dreien oder ist das immer noch eine Höhle von dreien so Metallöl Schrott Schrott Geld da nix Schrott Schrott ja nix 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 ja ich würde sagen ich mache noch einen weiteren teil also das ist eine lange tour hier eine lange tour es ist soll wohl noch deutlich weitergehen mal gucken also noch mindestens eine stunde wahrscheinlich dementsprechend vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten teil wieder